Ja was geht Leute, wir können noch ein Video für 4 of 5 und oh mein Gott die Infinity Warfare Die Infinity Warfare, die ist raus und wir zocken die heute auf der Map Frontier Das ist irgendwie im UFO oder so ein Scheiß, auf jeden Fall werden wir jetzt auf jeden Fall alles zerpflücken hier Guckt euch die Noobs an, hier guck mal FOF, wir sind FOF meine Freunde, ich zock heute beim Noobplayer Und der Noobplayer ist neben mir, aber der Noobplayer redet nicht, weil das ja mein Kommentar ist Tschüss, sorry Halt's Maul, so, wir zocken jetzt und ich bin gehypt wie ein Schnitzel Warum lacht ihr hier? Gehypt wie ein Dino-Schnitzel Guck mal, Bratwurst 98, jung, richtiger 1,8,7 Ja, ja Er hat bestimmt Unterprogrammersplastik Oh mein Gott, es geht los Habt ihr gesehen, der Dude hat mir gerade zugeflüstert, dass wir jetzt in den Krieg ziehen werden Im Star Destroyer Da bin ich natürlich gehypt wie ein Schnitzel Wie ein Dino-Schnitzel Okay Oh shit, ich mag die Map nicht, aber egal Du hast ja gerade zuerst mal geschmissen Ich weiß, sei ruhig, die Leute sollen nicht wissen, dass ich gerade 1923 verloren habe Auf jeden Fall geht es jetzt weiter Äh, wo, welche? 4 Number 4 Das heißt ja auch 4 Oh fuck Alter, war das schlecht Warum hast du eigentlich so eine bunte Waffe? Eigentlich ist die Waffe Lina Die ist ziemlich unmännlich Also ich will ja nicht sagen, aber die Waffe, das ist die Nuklearwaffe Ah, die Nuklearwaffe Mit der macht so ein, mit der mache ich so ein Nuklear, ne? Ey, Leute, Leute, rieche ich dir das? Das rieche ich noch Nuklear Ja, mein Natekill muss natürlich auch heute Fuck, fuck, fuck Ja, Junge, da konnte ich nichts machen Ah, fuck Handlangerbogen Ich hab schon wieder 50 Cent bekommen, Junge Alter Auf jeden Fall wird jetzt hier die, jetzt wird die Nuklear gerissen, meine Friends Man muss bedenken, heute ist der letzte Tag der ersten Version Genau, heute ist der erste Tag der letzten Version der Beta Der letzte Tag Der letzte Tag der ersten Version der Beta Auf jeden Fall, äh, ist heute die Nate auf jeden Fall noch, achte, der, der, der Natekill und die Nuklear sind auf jeden Fall easy noch drin heute Wird noch aufgehauen, was sich die Nate aufgehauen Da hab ich kurz die Nerven verloren, ich hab eh keine Nate, oh doch, ich hab ne Nate, oh fuck Äh, auf jeden Fall, meine Freunde So, safe, Nate Das ist auf jeden Fall, safely Oh shit Killt die Nate auch? Nein, das ist eine Lennvernahme Oh geil Ach, da hab ich auch einer gesehen, da hat einer wohl 4 auf 5 abonniert und will den Kevin machen Da anders kann ich mir da nicht 4 auf 5 abonnieren Das freig mich auch Oh Gott Fuck Oh shit Egal Ich hab nachgeholfen, meine Freunde, ohne mich Oh mich wär das nicht so, wie das ist, ne So, meine Freunde Also ich glaub 11 zu 23 auch ist auf jeden Fall drin Oder was meinst du? Ich sag mal 10 zu 12 10 zu 12 Boah, was, Digga, ich hätte einfach die ganze, boah, ich fick den ja so Kein Plan, das hab ich auf jeden Fall die hier Ich glaub ich kann's auch für eine Nukleare bereisen Ach, klar Nein Ach, ganz easy mach ich die Nukleare Nein, Junge, nicht in diesem Spiel, in diesem Spiel musst du eine Waffe, dass die Nukleare-Förg haben Das kannst du keiner machen Hey, ich bin so gut Und was ist die Waffe? Ich schaff die Nukleare sogar mit einer Granny, Junge Sack Tschüss, sorry Wenn ich jetzt kein Granny kill mache, dann bin ich gay Nein Das war ein Witz Ich hab, ich hab meine sexuelle Orientierung doch noch nicht geändert Noch Ein großes Noch Halt die Fresse Ich hab keine Nukleare Fuck, nein Ey, das ist doch schon wieder Boah, ich hätt fast Select gedrückt, ne Dann hätt ich mich schon wieder selbst erschießen können Oh mein Gott Leute, der Nate kill Der Nate kill Er hat sich tot gefehlt Fuck Fuck Oh, mh Ich wollt jetzt schon fast den vollenden Nachnamen sagen, aber ich hab's dann glücklos nicht gemacht Ah, es hört der Player ist online Ja, das seht ihr glaub ich aber nicht Ich glaub ich die Nerven verloren da hätt ich ich halt nicht, guck mal wie er fliegt Wiiiiiiiiiiieg Pfff Boah, das ist ziemlich real Flair würde sagen BruderWaller, ich hol mir das Spiel Flusi Ey, Junge, ich hab hier schon wieder so, so einen Scheißassig Ich will nicht sagen, du wirst plötzlich flared. Du, halt's mal. Ab jetzt halt's nicht mehr, du wurdest gefegt, sondern du wurdest geflared. Auf jeden Fall, spürst du nicht den Vibe, Digga? Spürst du ihn nicht? Weiß ich jetzt auch. Nein! Ich war ein Safety Granny Killer und ich verkack das schon wieder! No! Boah, hier, Bruder, hier ist besser Campingplatz. Campingplatz? Boah, wie schwul er hier die Grannys wirft, ne? Nein, ich hab den Safety Kill nicht bekommen. Nein, das ist ziemlich cool. Peace, Bruder! Fuck! Oh, jetzt hab ich die Baba-Waffe. Jetzt wird alles zerpflückt, meine Freunde. Jetzt wird die Nuklear geschlüsselt. Hä, wer kann denn keine Nuklear machen, weil die keinen Nuklearplöcke hat? Ja, aber der Typ hat sich jetzt von hinten gefickt. Ja, wann werd ich nicht von hinten gefickt? No, homo. Alter, Junge. Ey, die Leute denken echt, ich bin gay, ne? Ist alles so Spaß, ne? Ey, Junge, was ist das, Junge? Die cheaten noch nicht schon wieder alle. Und für Woffers 20 Minuten draußen, Junge, die haben schon Cheat-Module und so'n Scheiß, Junge. Der Typ hat mich grad... Ja, ja, hat der gar nicht, Junge, der hat irgendwelche Codes, Junge. Der hat doch mit dem Geraden gefickt. Guck mal, der Typ hat auch... Nunger sogar ne Godzilla... Nunger sogar Todes eigentlich mehr mehr Reflex als der Typ, den ich jetzt gejallert habe. Nunger, der hätte mich easy-jallern können. Fuck! Ey! Ich, ich, wir seh' nicht mal an, ne? Oder wie ihr coolen Kids sagt, ich hab' nicht mal ge-aimt. Sorry. Alter. Ich muss doch mal ge-aimt. Ey, wie viele Schüsse die brauchen, ne? Den hab' ich, den hab' ich jetzt, Bruder, den hab' ich... Oh, komm, das können wir gelten. Du bist Jus, Junge, er wird gestaunt, du hast'n aber geholt. Nein, die, 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 explode, explode. Ja, aber das Feuer, ne? Das ist ein Feuergarn, also. Er wird verbrennen. Achso. Ich verbrenne hier gleich auch, Junge. Und zwar Kalorien, wenn ich aufstehe und nach Hause rennen, Junge. Yes! Da war er, da war er, meine Freunde, da war er. Die Ära geht weiter, Junge. Die Ära geht weiter, Junge. 8 zu 7... Oh, 7 zu 13, ich wollte schon sagen. Warum bin ich auf einmal so gut? Ey, so schlecht, sorry. Ich meine, 7 zu 13 ist natürlich gottgleich wie aus biblischen Texten. Verstehst du den? Ich hab, den hab ich schon mal irgendwo gebracht. Ja, 2. Auch noch nicht. Ah, ja. 1,8,7 und ne Drohne rausgehoben. Ja, das machen die auf ReLive nicht, mein Freund, das kannst du mir glauben. Post, da kommt einer. Ich glaub, ich sollte nicht mit dir reden, sondern ich sollte mein Publikum entertainen. Fuck. Das sind also unsere 8 Klicks, die wir pro Jahr machen. Klapp, klapp. Der kommt jetzt von hier wetten? Ne, er steht doch. Ey. Ne, oder? Ich glaub das grad schon wieder nicht, ne? Der kommt zurück. Das ist ein Bastard, Junge. Ich hoffe, der krepiert an Aids oder so. Also im ReLive nicht sein Charakter. Sein Charakter möchte ich natürlich noch am Leben haben. Da konnte ich nichts machen, ey. Da musste von hinten kommen und jedem so einen, äh, auf seinen Nacken geben. Oh mein Gott. Das macht die Scheiße. Was hat das Scheiße in dir aus? Was telefoniert hier jemand? Ich kann nicht laut sein. Stiert. Fuck. So, meine Freunde. Das geht hier gerade gar nicht. Absolut unprofessionell. Und jetzt kommt... Oh, da war einer. Oh, den habe ich, den habe ich meine Freunde. Der hat gar, gar nichts mehr zu bleiben hier. Boah, die habe ich tot gefickt, den auch. So, komm, noch einer, der nächste. Wo ist der nächste? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ne, den mach ich jetzt nicht so verkackig. Wo ist der nächste? Ne, der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Boah, das ging fast auf seinen Nacken. Der ist immer noch tot. Fuck. Und... Wir haben verloren. Und ich habe top gespielt, meine Freunde. Äh... Wir haben verloren. Der Typ mit seiner Baba-Waffe, mit der er kann nicht mal eine Nuklear schaffen kann, hat gewonnen. Er hätte ja auch tot gespammt und er dachte schon wieder, wir haben schon wieder Weihnachten, ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der Kämpfe von uns ist natürlich nicht mit dem Nuklear-Account in der Top 3. Die Bronzemedaille habe ich mir nicht stütteln können, auch nicht die Silberne. Ach, stimmt, wir haben ja verloren. Da war ja was. Ähm... Leute! Das Video war Akkultiv scheiß vom Gameplayer Entertaining war ja auch nicht so das wahre, oder gelbe vom Ivy, äh... Quartier. Eintrachter. Sie haben... Sie haben... Was ist das? Äh... LMG. Hier auf 1600. Wo? Hier? Ja. Soll ich die kaufen? Ja. Das ist meine nächste Nuklear-Waffe. Wir haben jetzt irgendwas cooles gekauft, auf jeden Fall. Äh... Ich schicke jetzt noch ne Runde, aber nicht mit euch. Ich stimme für geheim ab. Tschüss. Nein, 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 warte, ich muss cooler beenden. Kv on Jumbo... Ne, irgendwie nicht. Ja, jetzt morgen, deine Gronste behem metropolitan. Oは와! Werden und den Gronst Olafrock. Die Ere Rose au Absolut. 1 tun. Können wir uns nur noch mehr zu genießen oder parkingen, sonstác Endes Bes quieres. Vielen Dank.